Das Kamel, das Kamel tanzet, schau mal, wie es die Hüfte entschwingt, scha, scha, scha. Hallo Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von Volker Rosin TV. Ich komme gerade aus Berlin und ich habe eine besondere Auszeichnung bekommen, nämlich eine goldene Schallplatte. Ja, die ist mir von meiner Schallplattenfirma verliehen worden für über 100.000 verkaufte Exemplare von Das Kamel tanzet gern, scha, scha, scha. Ich bin ganz stolz, aber ich möchte mich an dieser Stelle vor allen Dingen ganz herzlich bedanken bei euch, denn ihr habt diese CD gekauft und habt zu diesem tollen Erfolg beigetragen. Ich finde es ganz großartig, für mich ist eine Goldverleihung etwas ganz, ganz Besonderes. Tja, ich sage nochmal Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es war wirklich super und ja, mal sehen, vielleicht wird es ja nochmal wieder eine Goldene oder Platin. Sind ja alle Möglichkeiten noch offen. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Volker Rosin.